Die Freunde Olaf und Manfred lieben das gleiche Mädchen. Sie versuchen, Greta zusammen zu erobern. Sie laden sie ins Kino ein und hören stets ein Nein. Sie streiten sich in der Bahn. Um das Mädchen. Auseinander und raus aus der Bahn. Am nächsten Morgen streiten sie sich wieder um Greta. Hört auf zu streiten, ihr Streitchen. Olaf bekommt die Idee, Greta zu besuchen. Was er nicht weiß, dass Manfred dieselbe Idee hat. Es entbrannt ein grausamer Streit. Hey ihr liebes Amateur, wisst ihr nicht, dass ich ihr Freund bin? Sie rennen schnell in den Park. Entschuldigung. Entschuldige.